Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video schauen wir uns die Einrichtung eines Reventix Telefonanschlusses in der Fritzbox an. Das heißt, wir führen das Ganze in zwei Schritten durch. Zuerst gucken wir uns die Konfiguration vom Anschluss an und im Anschluss führen wir dann die Konfiguration in der Fritzbox durch. Um die Einstellungen des Anschlusses anzupassen, loggen wir uns dann hier einfach im Reventix Kundencenter ein. Dann gehen wir links in den Bereich Voice-over-IP-Telefonanschluss. Hier gehen wir dann in den Bereich Anschlüsse. Dann scrollen wir kurz runter und hier sehen wir dann unseren Anschluss. Wir bearbeiten den und haben damit die Einstellungen zu diesem Anschlusskonto offen. Als erstes haben wir hier den Namen des Anschlusses. In diesem Fall nennen wir den einfach TK-Anlage. Dann haben wir den Anschlusstyp, Telefon, Ortsvorwahl, Land, Zeitzone und hier noch den Punkt Codec-Limitierung. Der Punkt Codec-Limitierung ist eine Spezialkonfiguration, die es ermöglicht, einen bestimmten Codec festzukonfigurieren. Das heißt, das System lässt dann keine Abweichungen mehr zu. In der Regel wird diese Funktion allerdings standardmäßig nicht benötigt. Deswegen stellen wir das Ganze auf keine. Das heißt, es findet keine Codec-Limitierung bei Voice-over-IP-Gesprächen statt. Dann haben wir als nächstes den Punkt Rufnummer. Hier gibt es einmal die abgehende Rufnummer. Diese können wir entweder festkonfigurieren oder auf aktuell NV einfach lassen. Dann wird das Ganze individuell entschieden von dem Router oder der TK-Anlage. Dann haben wir als nächstes den Punkt Rufnummer unterdrücken. Hier können wir dann die Rufnummer zentral unterdrücken. Dann gibt es den Punkt Clip-No-Screening. Hier können wir Clip-No-Screening aktivieren und konfigurieren. Das ist natürlich nur möglich, wenn das Feature gebucht ist. Als nächstes haben wir dann noch den Punkt Spezial-Sipheader für Rufnummern-Übermittlung. Hier stehen verschiedene Möglichkeiten bereit. Für die Fritzbox empfiehlt sich die Konfiguration P-Call-Party-ID. Diese wählen wir in diesem Falle deswegen auch aus. Dann scrollen wir runter und gehen auf Speichern. Weitere Einstellungen am Anschluss sind direkt nicht erforderlich. Um zu sehen, welche Rufnummern diesem Anschluss zugeordnet sind, gehen wir in den Bereich VoIP-Telefonanschluss und dann auf Anrufverteilung. Hier sehen wir alle Rufnummern, die wir gebucht haben und können dann hier das Ziel bestimmen. In diesem Fall ist das Ziel allerdings schon bei den ersten fünf Rufnummern auf den Anschluss-TK-Anlage eingerichtet. An der Stelle noch die Info. Man kann auch mehrere Anschlüsse erstellen und dann die Rufnummern so zuweisen, wie man das benötigt. Damit haben wir die Konfiguration im Reventex-Kundencenter soweit abgeschlossen. Um die Registrierungsdaten zu sehen, gehen wir dann nochmal in den Bereich Anschlüsse, scrollen kurz runter und sehen dann hier unsere Daten, das heißt also die Kennung, das zugehörige Kennwort und natürlich weitere Daten. Jetzt wechseln wir in die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox, um die weitere Konfiguration vorzunehmen. Damit befinden wir uns auf der Fritzbox. Hier müssen wir uns zuerst an der Web-Oberfläche anmelden. Dann gehen wir links in den Bereich Telefonie und hier auf eigene Rufnummern. Mit Neue Rufnummer legen wir einen neuen Anschluss an. Wir wählen hier aus Anschluss-Typ IP-basierter Anschluss und gehen dann auf Weiter. Jetzt sind wir in der Konfiguration der Internet-Telefonie. Hier wählen wir als Telefonie-Anbieter aus Zip-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern. In dieser Konfiguration müssen die einzelnen Rufnummern individuell eingegeben werden, hier im Bereich Anmeldung und dann nochmal die interne Rufnummer in der Fritzbox vergeben werden. An der Stelle der Hinweis, es ist natürlich auch möglich, das Ganze als Zip-Anlagenanschluss einzurichten. Da sich allerdings mit der Fritzbox natürlich nur auch eine begrenzte Anzahl von Rufnummern konfigurieren lässt, auch im Durchspartformat, habe ich das Ganze jetzt hier einfach mal in der MSN-Variante konfiguriert. Liegt einfach daran, denn ich denke, dass die meisten, die eine Fritzbox wirklich an einem Reventix-Anschluss betreiben, keine unendliche Anzahl an Rufnummern betreiben. Und deshalb empfiehlt es sich, das Ganze über das Profil Zip-Trunking mit unterschiedlichen Rufnummern einzurichten. Das sieht dann wie folgt aus, also so wird die Rufnummer eingegeben, 0049 und dann natürlich die Ortsvorwahl und die komplette Rufnummer. Dann haben wir hier noch den Punkt interne Rufnummer, das heißt, wir können hier eine interne Rufnummer in der Fritzbox noch vergeben. Das ist dann später für das Zuweisen von Endgeräten wichtig. Dann können wir noch mehr Rufnummern einrichten. Ich richte jetzt hier zum Beispiel noch die 29 ein. Das machen wir jetzt auch nochmal hier. Hier wählen nochmal eine Rufnummer aus, zum Beispiel die 34. So sieht das Ganze dann aus. Dann scrollen wir kurz runter und geben hier die Zugangsdaten ein. Das sieht dann wie folgt aus. Benutzername, Kennwort und Registrar. Proxyserver und Stun ist hier nicht erforderlich. Dann haben wir als nächstes den Punkt Rufnummer und Format. Da wir eine bestimmte Konfiguration hier schon vorgenommen haben, müssen wir hier einfach auswählen. Landesvorwahl keine, Ortsvorwahl keine. Dann haben wir als nächstes die Punkte ausgehende Notrufe ohne Vorwahl übermitteln. Das aktivieren wir hier. Dann Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln aktivieren wir ebenfalls. Dann scrollen wir noch weiter runter und haben hier noch mehr Einstellungen, die wir tätigen können. Wir beginnen mit der DTMF-Übertragung. Hier wählen wir aus RTP oder Inband. Dann haben wir als nächstes den Punkt Rufnummernunterdrückung. Hier wählen wir aus Clear und das Ganze nach RFC 3325. Dann haben wir den Punkt Rufnummernübermittlung. Hier haben wir ja im Kundencenter von Reventex konfiguriert Rufnummer in P-Preferred-Identity. Deswegen wählen wir das hier auch aus. Dann haben wir die Punkte Rufnummer für die Anmeldung verwenden, lassen wir deaktiviert. Anbieter unterstützt Rückruf bei besetzt in Klammern CCBS. Das lassen wir ebenfalls deaktiviert. Der Punkt Anmeldung immer über eine Internetverbindung lassen wir aktiv. Dann gibt es den Punkt der Anbieter unterstützt kein Register-Fetch. Das lassen wir in diesem Fall deaktiv. Weitere Einstellungen sind dann hier auch nicht erforderlich. Wir gehen hier einfach auf Weiter, haben damit nochmal die Übersicht zur Konfiguration, gehen dann erneut auf Weiter und damit werden die Einstellungen abgeschlossen. Die FRITZ!Box prüft dann die Registrierung. Das Ganze war in diesem Fall erfolgreich. Wir gehen auf Weiter und haben damit hier die Übersicht über die Rufnummern. In diesem Fall sind das die internen Rufnummern, die in der FRITZ!Box verwendet werden. Das heißt, wird der Anschluss 24 hier belegt, wird natürlich die vollständige Rufnummer genutzt. Das ist wie gesagt nur die interne Zuordnung. Damit haben wir den Anschluss in der FRITZ!Box fertig konfiguriert. Weitere Einstellungen sind dann wie bei jedem anderen Anschluss auch vorzunehmen. Das heißt zum Beispiel, die Zuordnung von Endgeräten funktioniert genauso. Das heißt, ich demonstriere das mal ganz kurz. Wir gehen hier in den Bereich Telefonie Geräte, haben jetzt hier in diesem Falle nur die zwei Analog-Ports, weil halt keine weiteren Geräte angeschlossen sind. Gehen dann hier zum Beispiel auf Bearbeiten und wählen dann hier einfach den entsprechenden Anschluss aus und können das Ganze dann mit OK bestätigen. Das kann man natürlich jetzt für die ganzen Teilnehmer hier fest konfigurieren. Mehr muss man hier in der FRITZ!Box nicht machen. Damit endet dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.